Und da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge The Long Dark. Ich habe extra im Pause-Modus gestartet, damit wir 1 zu 1 wieder weiterspielen können. Wir haben gerade eben geschlafen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, wir haben die Nacht durchgeschlafen und sind jetzt wieder hungrig und durstig. Das heißt, wir müssen uns erstmal wieder irgendwas reinknallen, damit wir wieder zur Rande kommen. Gipfelbrause mit 23%, die trinken wir. Man sollte mal schauen, dass man halt die niedrig, also was nicht lange haltbar ist, das süffeln wir mal eben weg. Okay, wir haben knapp 2000 Kalorien. Wir sind etwas hungrig, waren wir auch, deswegen 2500, 2400 ist, glaube ich, das Maximum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, auf das bisschen kommt es jetzt auch nicht drauf an. Wir essen noch den Energieriegel und dann sollten wir doch eigentlich wieder soweit ganz gut dastehen. 2450 ist sogar das höchste Maß, glaube ich. Oder waren wir jetzt kurz davor, kurz drüber? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt sind wir ganz gut, werden wir dabei. Also 2500, 2400, irgendwie sowas ohne Dreh ist es, was man so maximal an Kalorien aufnehmen kann. So, jetzt sehen wir natürlich wieder nichts. Da ist die Feuertonne. Also ich sehe ja auch nichts. Nicht, dass ihr denkt, dass nur ihr nichts seht. Ich sehe ja auch nichts. Wenn da die Feuertonne ist, dann müsste, wenn ich jetzt noch da gehe und jetzt nach rechts schwenke, da mag der Aktenschrank, ich schwenke nach rechts, dann müsste jetzt hier um die Tür sein. Ja, Tankstelle verlassen. Okay. Hier draußen sieht man zum ersten Mal irgendwas. Dieses Knarzen, das ist... Also ich halte immer wieder mal Ausschau nach Wölfen, weil die hier halt irgendwo, die können hier überall rumstreuen. Jetzt schau mal eben das Auto hier rein, da vorne liegt was, da kann ich noch nicht hin. Da wieder aussteigen, da wieder einsteigen. Salzkrieger sind das, oder? Salzkrieger. Eine Lupe. Okay. Bei Tag Feuer machen. Okay, okay. Radio geht natürlich nicht. Handschuhfach. Das kann man immer brauchen. Limo ist immer gut. Gut, hier ist nichts weiter. Dann steigen wir da wieder aus. So. Ja. Ich glaube, wir waren jetzt vorhin in dem Haus da. Dann gehen wir jetzt mal hier rechts rüber, dass wir in das Haus mal reinschauen. Im Idealfall sammle ich, während wir da hinlaufen, noch ein paar Zweige auf, oder? Ja, hier ist nichts. Weil, ich weiß, die kann man natürlich auch zum Feuer machen gebrauchen. Holz ist immer gut. Na gut, hier ist nichts. Dann gehen wir da mal rein. Ach so. Ja, natürlich. Ja, ich sehe es ultra schlecht. Also, ganz schemenhaft sehe ich, wo hier was ist. Ich mache aber, ich hoffe, wir werden irgendwann hier noch Lampenöl finden. Schokoriegel. Ich versuche, mich ein bisschen zu beeilen, dass wir ein bisschen länger was von der Lampe haben. Ich hoffe, der Plan geht mehr oder weniger auf. Leider weiß ich auch nicht, wie lang das durchsuchen, ob das irgendwie auch krass auf die Lebensdauer der Lampe geht. Da oben steht Kaffee, Tomatensuppe. Ich klicke hier echt schnell durch, dass meine Lampe, ja, ich hoffe mal, so lang wie möglich am Leben bleibt. Limo. Ofen. Nix drin. Okay, machen wir da oben weiter. Hallo? Ach so. Ich stehe, glaube ich, ein Zentimeter jetzt weiter entfernt. So, etwas näher hin. Dann will er auch nicht die Lampe löschen, sondern die Schränke durchsuchen. Da jetzt auch wieder Kräuter-Tee. Sehr fein. Kaffee nehmen wir mit dem Mikrofon offen. Nix. Nix, 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 nix. Da steht auch nichts mehr. Hier im Regal kann man nichts... Ah, noch eine Lampe. Okay. Vielleicht ist noch ein bisschen Petroleum drin. Schrank ist nichts. Hier, schau mal rein. Nix drin. Nix drin. Und Wollsocken. Ja, übrigens etwas. Fernseher, der schaut nicht mehr so taufrisch aus. Oh, eine einfache Waffe. Ja, das ist schon mal sehr schön. Nicht verkehrt, wenn wir uns... Hm. Okay. Das schaut doch echt sehr gut aus. Ach so, die war eh offen. Da ist nix drin. Daunenjacke. Ey, wir haben mal ein Jackpot gefunden hier. Schokobugel ist da noch. Da ist nichts. Das lass ich mal da. Aber das Wasser will ich abschöpfen. So. Hier gibt es nichts. Da ist noch ein Schrank. Okay, da ist nix drin. Okay, ich werde mal merken, dass wir hier auf jeden Fall auch Stoff bekommen werden. Weil hier hängen noch sehr viele Dinger rum. So, jetzt mach ich die Lampe wieder aus. Schnell. Kurz reinschauen. Ja, das schaut soweit ganz gut aus. Wo ist meine Lampe? Unter dem? Äh, ja doch, 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 doch. 0, 2, 1 und 0, 3, 0. Oha. Das hat jetzt echt gut was gebraucht. Eieieiei. Eieieiei. Okay, gehen wir mal raus. Okay, da ist der Wagen. Da ist unsere Tankstelle. Über dieses Knarzen. Jetzt gehen wir mal schnell da hin. Okay. Dann schauen wir hier mal rein. Ja, okay, mittlerweile erkennt man ein bisschen was. Man sieht schon mal den Herd hier stehen. Oh, kann nicht mehr gar. Es geht nicht mehr. Aber schon wieder zu viele bei. Oh, ja. Aber wir sind eigentlich noch... Gut, noch hält sie es aus. Oh, da steht Hundebutter, lasse ich drin. Werkzeug, nehme ich mal mit. Wer weiß, wofür man es braucht. Nichts. Ich bleibe erst mal unten und dann gehe ich nach oben. Also, vom Blick Müsli-Riegel. Hier haben wir noch einen Kräuter-Tee. Okay. Nichts. Okay, jetzt schaue ich hier nochmal nach oben. In die Hängeschränke rein. Nochmal Kaffee. Also, Kaffee und Tee. Da sind wir echt gut versorgt. Also, das können wir uns reichlich herstellen. So, hier oben ist kein Schrank mehr. Kühlschrank, schau mal rein. Nix. Gefrierfach, nix. So, dieses Regal. Ich docke mich mal eben da unten. Was ist das da? Ah, okay, Zeitung. Da ist nichts. Okay. Hier haben wir... Oh, eine Magnesiumfackel. Ein Boni. Hier können wir da rausgehen. Da unten. Was ist das? Brandbeschleuniger. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. So, hier ist soweit nichts weiter. Okay. Hier ist das Schlaf. Da stehen Schuhe. Da ist ein Schrank. Nichts drin. Drauf. Soweit ich sehe, auch nicht. Also, ich sehe hier auch sehr wenig, um euch da zu beruhigen. Also, es tut mir leid, aber der Long Dark besteht leider, damals wie heute, aus sehr viel Dunkelheit. Ja, wer hätte das bei dem Namen, wie gesagt, erwartet. Äh, Metalllampe, Tisch, Wasserflasche. Ja, nehm ich natürlich sehr gerne mit Wasser, Wasser, Wasser. So, Schublade. Noch eine Daumenjacke. Okay. Also, hiernach gehe ich auf jeden Fall wieder zur Tankstelle zurück und schlichte mal, nein, nicht anzünden, die Schublade da. Und schlichte um, beziehungsweise ziehe mich neu an, dass ich ein bisschen stärker gegen die Kälte ausgerüstet bin. Nichts drin. Ah, da. Da ist nix. Ach, hier ist schon wieder, ja, nehm ich auch mit, nehm ich auch mit, nehm ich auch mit. Okay, da ist kein Handtuch. Da ist ein Handtuch. Das will ich jetzt, das will ich jetzt auch annehmen, ja, ja, das will ich jetzt tun. Ich würde nämlich gleich, jetzt haben wir vorhin ja auch schon das Nähset gefunden. Stoff, wo ist der andere? Zwei Stück waren es doch. Hey. Es waren noch zwei Stück. Baumwolle so unglied in der Badewanne. Ja. Hervorhang, okay, das ist wahrscheinlich seltenst an Stoff, den man verwenden kann, ist aber Plastik hier. Das hier nehme ich jetzt auch nochmal auseinander. Jetzt mache ich gleich mal die Lampe an, weil man sieht halt nix. Man sieht halt leider nix. Halt, ah, da lag der Stoff. Okay, macht trotzdem die Lampe an. Vielleicht reicht ja schon dieses kurze Auffunkeln. Ah ja, ich sehe schon, da ist Stoff und da ist Stoff. Hahaha. Den hier nehme ich auch auseinander. Okay, werden wir das jetzt gleich haben. Da liegt er. Und wo ist der andere? Kurz anfunkeln. Da liegt er. Geil, okay. Es ist ja gut, dass man mal kurz anfunkeln kann. Ich hoffe, das braucht auch nicht wahnsinnig viel Lampenöl. Also schauen wir mal kurz rein. Warum muss ich das fragen, wenn 021, aber ich muss mir 021 merken. 021. Ah, genau. So, kurz angefunkelt. Das war jetzt auch nur einmal. 021. Ja, dann nennen wir den. Ja, 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 genau. Dann nennen wir das hier auch noch mit. Den nehme ich auseinander. Und den da auch direkt auch auseinander nehmen. So. Da liegt er. Da liegt er. Da liegt er. Und da liegt er. Na gut, den konnte ich jetzt relativ gut finden. Soll ich mal... Ja, das probieren wir jetzt auch mal. Mit dem Beil. Zwei Stunden 500 Kalorien. Na gut, wir stehen ganz gut da. Wir haben Ausbeute. Achtmal Altholz und Zunderbündel. Das machen wir jetzt. So. Altholz. Altholz. Liegt in der Luft. Ist es. Altholz liegt in der Luft. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wir gehen ja schon zurück. Wir gehen schon zurück. Kein Stress. Haus verlassen. Na. Okay, wir sind draußen. Ich... Ah, wir können gar nicht rennen. Ich hoffe jetzt... Ich wollte jetzt zurückrennen, aber es geht nicht. Ich hoffe, wir hören uns laut hier nichts auf. Du, 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 du. Okay, so weit, so gut. So weit, so gut. Gleich sind wir da. Nur fünf Meter. Und wir sind da. Sehr schön. Okay. Gut. Durstig. Ja, jetzt können wir auch mal... Wir haben ja genug Toilettenwasser abgeschürft. Da können wir mal kurz trinken. Klappt... Knapp sieben Liter Wasser haben wir dabei. Das sollte passen. So. Jetzt... Jetzt fahren wir mal hinten an. Wir haben hier einiges bei uns. Ich nehme mal den Spind. Den haben wir ja eh schon leer geräumt. Da räume ich jetzt was rein. Und zwar wird es jetzt mein... Mein... Mein Feuer spinnt. Keine Ahnung. Wie sagt man denn da? Ihr wisst schon. Achso, da habe ich eh schon reingeräumt. Ach, dann wird es doch nicht. Ne, ich räume wieder zurück. Das kommt auch wieder zurück. Okay. Zeitungspapier und Zunderbündel. Da räume ich jetzt aber das Altholz mit dazu. Alle. Und den Zunderbündel und die Zweige auch alle mit rein. Und natürlich das gute Zeternholz. Ah, da hinten haben wir noch aufgehörte Zeitung. Auch mit rein. Das Buch. Können wir das zum Anfaktum verwenden? Dann muss Lernen fürs Erste verbrennen. Ja, gut. Dann machen wir das auch. Nehmen wir das Buch da auch rein. Achso, das hätte mir auch auffallen können, weil es in dem Reiter drin ist. Naja, gut. So, jetzt haben wir da die Dinger schon mal voll. Knappe 7 von 30. Okay. Das ist mein Feuerspind. Der ist verschlossen. Den müssen wir aber irgendwie öffnen. Entschuldigung. Irgendwie öffnen. Den Stoff lasse ich mal kurz noch bei mir. Dafür kommt das Metallzeug da rein. So. 28 und 64. Dann kommt der 64er. Die 64er Lampe da rein. Wo habe ich denn vorhin das Ganze? Ich habe da vorhin die Streichhölzer auch schon mal irgendwo reingepackt. Oder täusche ich mich da? Leer. Ne, dann kann es ja das nicht schon mal nicht sein. Leer, leer, leer. Leide ich unter Wahnvorstellungen? Ich hätte gedacht, ich hätte... Ja, okay. Ich leide unter Wahnvorstellungen. Nun gut. Dann kommt hier jetzt... Ich habe da vorhin schon... Ich habe da vorhin schon Streichhölzer gefunden. Nicht mehr bekloppt. Naja gut, was soll's. Dann kommt hier neben der Lampe noch der Dosenöffnerein. Die Lupe werde ich jetzt auch nicht direkt brauchen können. Aber die hier so Jagdmesser, Öffner, Säge, Beil. Das hätte ich gerne bei mir. Der Haken. Die Werkzeuge. Die Werkzeuge lege ich auch mit rein. Den Wettstein. Den kenne ich auch. Keine Ahnung. Ich muss schauen, wie man den verwenden kann. Ob man den irgendwie sinnvoll irgendwie... Ich weiß nicht. So. Ich habe da vorhin schon... Ich habe da vorhin schon Krämpel... Das ist doch... Ich werde bekloppt. Ich habe da vorhin schon irgendwo was reingeräumt. Habe ich echt so ein... Wie ist das? So ein Kurzzeitgedächtnis oder was? Metallwelt. Da ist nicht drin. Es ist alles leer. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Der uns erteilt das in... Ah, 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 ah. Okay. Ich bin doch nicht bekloppt. Ja. Dann machen wir das natürlich anders. Ja. Beziehungsweise. Fast. Machen wir das anders. Ich gehe jetzt hier nochmal hin und da räume ich hier mein Zündelzeug. Das ist ja eh schon drin. Nahrungsvorräte. Ja. Haltbare Nahrungsvorräte. Ich kam gerade nicht auf Nahrung. Kondensmilch. So kann ich hier nicht... Ach so. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich nicht runterscrollen? So. Kräuterti habe ich tausendmal gefunden. 15. Also das fasst eher anscheinend zusammen. Okay. Das ist ja auch schon was wert. 15, 10. Ne, das ist ja alles nicht. Hähnchen, äh, Kaninchen. Äh, bevor ich hier großartig reinräume, bin ich mal kurz, kurz hungrig bin ich. Hungrig. Da esse ich. Was esse ich denn da? Ne, der ist noch komplett mit 100. Dann esse ich die Salzkräcker und trinken Wasser drauf. Ja, das würde ich tun. 600. Ich sehe gerade nicht, wie viel ich habe. Ich glaube, ich liege aber drunter, oder? Au. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Dann Salzkräcker. Und darauf vielleicht noch eine Schale Orangen. Ne, das schaut doch ganz gut aus. Ja, das lassen wir auch so. Okay, dann ist das hier nicht nur mein Feuerholzspind, sondern auch mein Feuernahrungsflüssigkeitsspind. Dann schlichte ich mal schnell um den Dosen Kaffee, da mache ich mal, ja, dass ich mir zwei herstellen kann. Ja, zwei behalte ich. Äh, Kräutertee umschlichten. Das mache ich genauso zwei behalte ich. So, das kann ich nicht, wenn ich nachher noch essen, da bin ich mir sehr sicher, dass ich das nachher noch essen werde. Also, relativ zügig essen werde, weil es hat doch recht viel aufbringend, man sieht es jetzt nicht. Das mache ich rüber, das mache ich rüber. Was habe ich hier an der Nahrung? Schokoriegel, Gipfelbrause, Schokoriegel, Cracker, Brause, Schokoriegel, Brause, Brause, Brause. Ja, okay. Dann kommt das Trockenfleisch rüber, die Gipfelbrause, der da. Und vor allem Wasser mache ich auch mal 6,5 Liter habe ich, dann mache ich mal 4 Liter. Okay. Ah, ja, genau, Kleidung, Kleidung. Genau, die wir mal kurz anziehen. So. Die Mütze ist schon mal besser, dann ziehe ich die an. Die sind schlechter, als das, was ich schon anhabe, wie die da. Deswegen nehme ich die hier jetzt auseinander. Zerlegen, zerlegen. Bumdi bumm. Okay. Die Mütze nehme ich auch auseinander. Aktion. Zerlegen. Sehr gut. Okay. Jetzt habe ich das da an, das da an. Die habe ich an. Aha. Ah, ach so, ich dachte, die werden, obwohl, die da sind das, ne? Ja, ja, genau. Die Socken sind schlecht und die Socken sind schlecht und die sind ganz gut. Dann nehme ich diese Socken auseinander. Zerlegen, zerlegen. Okay. Der dicke Wullpullover ist auch nicht so dick, wie ich dachte, weil den, den ich anhabe, der ist noch besser. Also, ich nehme es auseinander, zerlegen. Die Socken sind auch schlecht gewesen, nehme ich auseinander. So, Daunenjacke. Die ziehen wir ja erstmal an, weil die wesentlich besser ist, als das, was wir anhaben. Dann kommen wir in den nächsten Socken. Die waren okay. Okay, die sind wieder schlechter, aber haben man hörende Wert. Ja, nee, 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 nehme ich auseinander, nehme ich auseinander. Wir haben ja vorhin das Nähset gefunden. Mit dem Nähset können wir uns gleich die Stoffflicken auf unsere Kleidung nähen. Das hier ist noch mal besser, als diese Daunenjacke. 1,5 und 1,7. 0,8 und 0,9. Okay, dann ziehen wir jetzt die an und nehmen diese auseinander. Zweimal Stoff bekommen wir daraus. Okay. Mal schauen, wie lange wir das hier schaffen. Was aber da? Einfacher Wintermantel. Der ist noch mal besser als die Daunenjacke. Oh, die ist sogar wesentlich besser. Ziehen wir an. Na gut, die ist natürlich auch ein bisschen schwerer. Also ein bisschen ist dezent ausgedrückt. Drei Kilo zu 0,5. Aber gut. Und es soll halt warm sein und nicht kalt. Dann nehmen wir die auch wieder auseinander. Okay, bringt zwei. Ade, Daunenjacke. War schön, dich gekannt zu haben. So, diese Stiefel sind schlechter als diese. Dann nehmen wir diese Stiefel auch aus den Augenblick. Da kommt ein Leder raus. Sehr gut. Weil mit dem Leder können wir dann unsere Stiefel reparieren. So. Jetzt haben wir erstmal sehr viel auseinandergenommen. Die Hose möchte ich gerne reparieren. Um auf 80 Prozent? Nee. Um was? Kommen wir jetzt danach auf 80 Prozent? Das ist die Erfolgschance. Wir kommen danach auf 40 Prozent, wobei sie 22 ist. Also müssen wir sie eigentlich zweimal reparieren. Dauert 30 Minuten. Wir versuchen es einfach mal. Einmal reparieren. Gescheitert. Okay, nochmal reparieren. Ja, ja, ja. Wird, wird, wird. Okay. Jetzt schaue ich jetzt mal kurz drauf. Hose hat 62. Das ist ja gar nichts von dem, was da vorhin stand. Okay, schauen wir nochmal die Mütze. Die Mütze hat jetzt 32. Die möchte ich auch gerne reparieren. Reparieren hat jetzt 32. Erfolgschance ist 81 Prozent. Und Umfang ist 68. Also du müsstest doch jetzt eigentlich dann wieder, also die müssen doch jetzt auf 68 hochgehen. 32 war vorher. 68. Müsste es gehen. Komplett repariert. Okay. Witz ist auf 100. Ach so, das wird addiert. Oder? Habe ich das, habe ich das richtig gecheckt? So, die reparieren wir auch. Umfang ist 25. Jetzt haben wir 43. Dann, dann, dann müssen wir doch hier... Oh, ich werde blöde. Also müssen wir doch jetzt hier knappe 70. Also... Warte. Ja, knappe 70. Okay, 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 okay. So langsam checke ich das. Okay, man muss das dazu rechnen. Jetzt schauen wir mal schnell. Oh, ich bin... Ja, komm halt, hier klappe, ich habe doch genug dabei. Muss nur was sagen. Wir trinken nicht das Wasser. Auch die... Oder doch das Wasser. Nee, wir trinken die Gipfelbrause. Aber wir haben ja auch Hunger. Wir haben ja hier, wir sind ja hier, wir sind ja knapp dabei. Wir trinken jetzt die Brause. Essen Müsli-Riegel. Ja, das wird doch... Und verknüßt man noch das Trockenfleisch. Sehr gut, jetzt schauen wir noch schnell rein. Na gut, wahrscheinlich wegen dem Trockenfleisch haben wir wieder Durst. Dööööööööööööööööööööp. Na komm, das trinken wir jetzt. Zweieinhalb auf. Ja, okay, gut und Durst gehabt. Müde bin ich auch noch. Okay, aber bevor ich mich zu Bett lege, hätte ich jetzt gerne meinen Krempel hier zu Ende gebracht. 56 reparieren. Umfang 30% Erfolg 83 Also müsste es jetzt so wenn es nicht gescheitert wäre 86 sein. Nochmal Also zweimal gescheitert. Nochmal Eine Stunde Tageslicht Okay, auf 64 erhöht 86. Okay, ja es wird wirklich addiert. Es wird wirklich addiert Gut, wir sind gut dabei Müde sind wir auch noch Die Hose, soll ich die nochmal Die lange Baumwollunterhose 62 ist aber auch Ne, passt. Ich lasse es erstmal so Wir stehen nur noch vor dem Spind Deswegen kann ich hier direkt draufklicken Ohne großartig rum suchen zu müssen Und hier jetzt werde ich in den Spind Was einräumen Okay, also Diese auf jeden Fall Weil die haben wir da auch noch mit 37 Die müssen wir aufbrauchen Also ich hoffe, dass wir sie nicht aufbrauchen Ich hoffe eher, dass wir sie vergammeln lassen Weil wenn wir das brauchen Dann wurden wir irgendwie angegriffen Und das ist nicht schön So, wo ist jetzt mein Krempel Äh, ist das hier hinten bei? Echt? Ja 19 mal Stoff und 3 mal Leder Die geben wir auch komplett rüber Alle umlagern Also, bum bum Okay, jetzt tragen wir 20 Wir können eigentlich 30 Wir sind müde, deswegen können wir nur 26, 7 Das heißt Wir torkeln jetzt zum Bett Wenn wir es denn finden Die Laterne habe ich nicht in der Hand Das ist sehr schade Ich hätte sie gerne in der Hand tragen So, mal kurz funkeln Ach, ich wollte merken, wie viel das war Ach 0, 2, 1 Ich glaube, es ist das gleiche noch wie vorhin, oder? 0, 2, 1 war es auch vorhin So, dahin gehen Neues Bild Da ist das Bett Da ist das Bett Okay Wenn wir schnell Status abschauen Etwas hungrig im trocknen Mund Dann trinken wir noch schnell ein Wässerchen Ich hasse es mit einem trockenen Mund ins Bett zu gehen Gut, etwas hungrig Damit kann man leben Oder auch sterben So, noch 10 Stunden Dunkelheit Wir schlafen jetzt mal kurz Na komm, machen wir voll Machen wir voll 5 Stunden Bum, 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 bum Okay Dann schauen wir schnell nach Und etwas hungrig Dann knallen wir uns Wie viele Kalorien haben wir jetzt? 1250 Ja komm, dann knallen wir uns die Salzkräcker rein Die bringen ordentlich was Und trinken Wasser So Okay Jetzt stehen wir ganz gut da Jetzt können wir dann den Rest schlafen Noch 4 Stunden Dunkelheit Dann schlafen wir auch 4 Stunden Dunkelheit Auskommen Weniger als eine Stunde Ja, das ist doch ganz okay Schauen wir mal schnell rein Ja Damit kann man leben Damit kann man leben Na gut Und Tja Wie es weiter geht Knipp, knipp Knipp, knipp Das Sehen wir dann In der nächsten Folge Also Bis dann Bis dann Dann Für die